Dieser Hyundai verdient sicherlich Ihre Aufmerksamkeit. Ein Dieselmotor und eine Automatik sorgen dafür, dass Sie mit diesem SUV gut vorankommen. Mit dem Bluetooth-System können Sie einfach und sicher freihändig telefonieren. Als besondere Sicherheitsausrüstung in diesem Hyundai finden wir eine Rückfahrkamera, ESP und Tagfahrlicht. Dieses Auto ist sogar mit Dachreling, einem Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen ausgestattet. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Dann rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017